Hier ist schematisch das Stromnetz im ausgeglichenen Zustand zu sehen. Es wird genau so viel Strom erzeugt, wie gerade verbraucht wird, sodass die Netzfrequenz 50 Hertz beträgt. Der Netzbetreiber überwacht die Frequenz ständig und reagiert bei Abweichungen sofort durch den Einsatz von Regelleistung. Sinkt nun die Erzeugung zum Beispiel, weil weniger Wind weht, dann macht sich das erstens durch ein Absinken der Netzfrequenz bemerkbar. In diesem Fall sendet der Netzbetreiber ein Signal an die Telekom-Vermittlungsstelle. Diese wird dadurch vom Stromnetz getrennt und versorgt sich eine Zeit lang selbst aus ihren Batterien, sodass das Stromnetz insgesamt entlastet wird. Sobald sich Erzeugung und Verbrauch im Netz wieder ausgeglichen haben, wird die Vermittlungsstelle wieder durch das Stromnetz versorgt. Die Netzfrequenz steigt, wenn mehr Strom erzeugt wird oder mehrere Verbraucher gleichzeitig abgeschaltet werden. Der Netzbetreiber sendet dann ein Signal an die Vermittlungsstelle, das dazu führt, dass neben dem normalen Verbrauch noch zusätzlich die Batterien geladen werden. Dadurch wird mehr Strom abgenommen und das Gleichgewicht im Netz wiederhergestellt. Sobald sich Erzeugung und Verbrauch wieder normalisiert haben, bekommt die Vermittlungsstelle ein erneutes Signal und beendet das Laden. In der Realität läuft dieser Prozess von Ausgleichen und Regeln ungleich schneller ab. Die Kurve zeigt den Verlauf der Netzfrequenz über einen Zeitraum von zwei Stunden. Jedes Mal, wenn die Netzfrequenz steigt oder sinkt, wird mit der Regelenergie dagegen gesteuert, um einen Ausgleich zu schaffen.